Hallo liebe Zockerfreunde und willkommen zurück zu The Last of Us Remastered. Wir versuchen immer noch unseren Weg hier aus der Stadt rauszufinden und die üblen Typen, die uns übelst überfallen haben, als wir mit dem Auto hierher gefahren sind, tauchen oder kreuzen immer wieder unseren Weg. Wir sind jetzt gerade hier in so einem Hotel. Warum auch immer wir hier reingegangen sind. Genau, weil wir haben die Typen reingehen sehen und generell gab es auch irgendwie keinen anderen Weg. Achso, das ist jetzt glaube ich das, wo ich hier vorhin schon ein bisschen rumgemetzelt habe. Ja, wie gesagt, letztendliches Ziel ist auf jeden Fall irgendwie die Brücke, die vermutlich mal irgendwie aus der Stadt rausführt. Aber da müssen wir halt erstmal hinkommen. Benutze das Treppenhaus. Ja, lass mich doch erstmal gucken. Macht doch nicht so einen Stress hier. Na, die Badezimmer hier in diesem Spiel sind ja echt nicht gut bestückt. Da habe ich schon bessere Badezimmer gesehen. So, hier ist dann anscheinend auch erstmal Ende. Alles voll. Ach doch, hier draußen war ich auch schon vorhin gewesen. Dann schauen wir mal hier rein. Hier war ich in der Tat noch nicht. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Aber hier wird ja nicht extra nochmal ein Zimmer sein, damit hier nichts ist, oder? Achso, hier kann ich auch nochmal hoch. Die Frage ist, will ich das? Okay, hier habe ich die ganzen Leute um die Ecke gebracht. Gut, damit ist dieser Flügel eigentlich auch erledigt. Und er will anscheinend irgendwie mich nochmal heilen, vor allem. Und dass ich hier hinten das Treppenhaus benutze. Von daher gehe ich doch nochmal. Na gut, ich gucke mich erstmal hier unten zu Ende um. Bevor gleich irgendwas passiert, wenn ich nicht wieder zurückkomme, schaue ich mich zumindest hier in der unteren Etage mal vollständig um. Hier ist wohl das Treppenhaus, wo man rauf soll. Ja, da. Ja, und hier ist ansonsten nicht mehr viel. Okay, ich benutze mal hier das Treppenhaus, sondern steigt man da hinten durch das eine Zimmer in die zweite Etage hoch. Keine Ahnung, ob das ein abgetrennter Bereich ist, oder ob der letztendlich in die gleichen Zimmer führt, oder zum gleichen Weg führt, keine Ahnung. Aber es sieht hier jetzt schon so ein bisschen versteckt hier aus, dass man hier draußen rum quasi über so ein paar Sachen über ein Loch im Boden irgendwie raufklettern muss. Das ist ja irgendwie schon so ein bisschen versteckt. Ich will jetzt nicht direkt sagen Secret-mäßig, dafür war es doch irgendwie ein bisschen zu offensichtlich gewesen. Aber vielleicht ist es auch nur für Loot. Wer weiß es schon. Die Geräuschkulisse. Was war das gerade für ein kurzer? Da ist er wieder. Für ein kurzer, bassiger Sound. Okay. Die beiden sehen nicht gut aus. Ich will nicht wissen, was die hier gemacht haben. Warum? Naja, vielleicht haben sie sich auch umgebracht, weil sie gebissen wurden oder so. Man weiß es nicht. Sieht auf jeden Fall nicht gerade appetitlich aus. Wow. Wow. Jetzt laufen sie mir aber alle mehr oder weniger zufällig für die Füße. Also manchmal die KI in dem Spiel ist ja schon ein bisschen buggy, ne? Warum der mich jetzt nicht so richtig gesehen hat? Naja, solange ich hier durchkomme, ohne Munition zu verbrauchen. Sollen wir das irgendwie recht sein? Oh, da kommen noch mehr. Und die kommen jetzt angerannt oder was? Oh. Junge. Warum war denn der eine gerade so schnell erledigt? Oh, mit der Shotgun. Ey, was stimmt denn mit dir nicht? Nein! Wow, heil dich. Oh. Oh. Ich weiß nicht, war das jetzt alles? Hier ging ja auf jeden Fall insgesamt schon wieder gut die Luzi ab, aber ich fürchte, ich bin ganz normal in der zweiten Etage hier gelandet, oder? Wo ich auch über die Treppe hingekommen wäre. Ähm, ich könnte mal so ein Ding hier nachcraften. Da habe ich jetzt wieder ein bisschen was frei zum Einsammeln. Genau, oder sowas, was hier zum Beispiel gerade schon liegt. Ich komme mal eine neue Eisenstange gebrauchen, oder? Und weil da die Musik immer noch so spannend ist, würde ich fast irgendwie vermuten, dass hier irgendwo noch einer rumrennt. Da steht einer, aber der steht so ein bisschen unterhalb, oder? Boah, es ist elendig groß hier, dieses Hotel. Wo war denn hier der Treppenaufgang gewesen? Der muss doch auch irgendwann mal auftauchen dann, oder? Okay, aber bis auf diesen einen da. Scheint hier ja sonst nicht viel zu sein. Obwohl das hier durchaus nach Kampfzone aussieht. Aber vielleicht habe ich die jetzt alles schon da hinten hingelockt. Nachdem ich den anderen Weg genommen habe. So, okay, hier ist der Flur, ne? Genau, genau. Hier brennt auch was. Okay, es ist doch eine gemeinsame Etage gewesen. Das da hinten war keine Secret Area gewesen. Mann, und ich habe mich so gefreut, dass ich irgendwas Tolles entdeckt habe. Und was für eine Enttäuschung. Es war einfach nichts. Ja, komm her mit deinem Molli. Ach, schade. Jetzt hätte ich gerade kurz überlegt, ob ich Ihnen einen Headshot verpassen soll. Aber dann ist er doch leider weiter auf mich zugekommen. Wie er mich sucht, ist schon cool gemacht. Ja, weißt du, solche Sachen haben sie cool gemacht. Aber ansonsten, die anderen KI-Aussetzer zwischendrin, die haben sie nicht in den Griff bekommen. Ist schon ein bisschen seltsam. Gut, sein Molli hat nochmal ein bisschen Alkohol fallen lassen. So, endlich mal wieder eine Nahkampfwaffe. Der gute alte Basie. War ich jetzt vorhin schon hier drin gewesen? Ja, doch. Ich wollte gerade sagen, ich habe so ein bisschen die Übersicht verloren. Aber hier diese roten Pfeile SS oder SJTP, die scheinen mir doch irgendwie so ein bisschen den Weg zu zeigen. So, ich meine hier. Doch, hier bin ich ja überall gewesen. Ja, definitiv. Ach, schade. Ich dachte, sie... Was hat sie denn gefunden? Wo ist sie? Wo ist sie? Nochmal so eine Draußengegend, wo ich in ein anderes Zimmer einsteigen kann. Aber mich würde schon interessieren, was Ellie da gerade gefunden hat, was sie so schrecklich fand. Na ja, die Panoramen in dem Spiel. Die sind schon absolut gigantisch. Das haben sie schon gut hinbekommen. Man kann es gar nicht anders sagen. Ein bisschen Zucker und ein bisschen Alkohol. Aber ich frage mich schon, wo Ellie geblieben ist. Irgendwie ist sie weg. Ach, da hinten. Wie ist sie denn da hingekommen? Ach, die beiden hat sie sich jetzt wieder angeguckt. Hä? Hier waren wir doch vor Ewigkeiten schon gewesen. Hier hat doch unser ganzer Kampf etc. stattgefunden. Jetzt ist ihr aufgefallen, dass es schrecklich ist. So, aber irgendwie bin ich jetzt gerade ein bisschen desorientiert. Ach so. Nein, gib mir meinen Backstein wieder. Na ja, irgendwie hier rechts hinter scheint ja schon so ein Zimmer zu sein. Ach ne, hier ist es jetzt. Wo ich von außen reingekommen wäre. Ich dachte schon, das wäre ansonsten nicht erreichbar gewesen. Aber hier ist die Tür doch offen. Wenn man die ganze Zeit die Renntaste gedrückt hält, schnauft er sich auf jeden Fall gut ein ab, der gute alte Joel. Ach, es geht noch höher. Ja, das war ernsthaft. Hey, hier im Aufzug scheint eine Leiter zu sein. Warte, lass mich das aufmachen. Ja, habe ich schon verstanden. Ich frage mich nur, was sie mit der Leiter überhaupt wollen. Aber ich lasse mich da auch gern überraschen. Ist irgendwie immer noch alles voll. Mein Leben ist irgendwie auch voll. Also der Rohstoffmangel vom Anfang hat sich mittlerweile irgendwie so ein bisschen erledigt. Als Endes kommen noch mal ein paar super krasse Szenen, wo ich wieder alles verbrauche. Aber im Moment bin ich eigentlich relativ gut ausgestattet. Ach so, jetzt kann ich auf den Fahrstuhl klettern, oder was? Kommst du mit, Ellie? Oder willst du da stehen bleiben? Sicherheitshalber, ja. Ob uns das Richtung Brücke hier alles irgendwie weiterbringt? Ich weiß es nicht so ganz genau. Aber gut, eine andere Wahl haben wir ja eh nicht. Warum habe ich irgendwie das Gefühl, dass dieser Fahrstuhl gleich abstürzen wird? Vor allem, wenn wir jetzt gleich zu zweit hier drauf sind. Naja. Noch hälter irgendwie. Such mir was zum Brot klettern, okay? Los geht's. Okay. Ach komm, Joel, als wenn du da nicht hochkommen würdest mit ihrer Hilfe. Ja, uhuuhu. Ja. So auf jeden Fall nicht. Scheiße. Geht's gut? Alles okay? Nein! Tja, jetzt sind wir irgendwie getrennt. Oh. Habe ich es jetzt genommen? Es macht so ein bisschen den Eindruck. Okay, hier auf der Seite kann ich anscheinend nicht mehr runtertauchen. Ich will mich nochmal vergewissern, ob ich hier zehn Zahnräder wirklich genommen habe. Aber hier leuchtet nichts mehr. Von daher sieht es eigentlich ganz okay aus. Ja, shit. Irgendwie der Fahrstuhl ist abgerauscht. Das war ja irgendwie zu erwarten gewesen. Und jetzt... Leicht da lang. ...sind wir getrennt. Mein einerseits... Das sieht gut aus. ...ist das hier unten mit Sicherheit nicht die allergeilste Ausgangslage im Wasser. Wer weiß, was hier noch an Zombies und so rumkreucht. Ich glaube, da hinten war ich noch nicht. Und... Und... Ja... Ellie beschützen fällt natürlich irgendwie auch flach, solange wir getrennt sind. Oh, habe ich mich erschreckt! Okay, ist das hier vielleicht der Weg, wo es weiter geht und doch nicht hier die Tür? Ich gucke mal, ob die aufgeht. Die Tür ging auf und, äh... Ja, sie ging auch direkt wieder zu. Ja, ein bisschen Loot ist da noch. Aber da ist doch auch Munition, oder? Ist das... Gras, dieses Päckchen da. Könnte auch Gras oder Zucker oder sowas sein, ne? Ansonsten hätte ich es gerne. Aber da ich nichts mehr verbrauchen kann, werde ich es irgendwie nicht mehr in Erfahrung... Ah, ne, das sind Bänder, okay. Oder Tape. Alles klar, dann tauchen wir mal eine Runde. Okay, ich sollte noch mal eine Runde auftauchen, glaube ich. Komm, Joel! Ey, warum hängst du jetzt hier fest? Puh, das war irgendwie knapp gewesen. So. Hier kann man zumindest wieder auftauchen. Ich will trotzdem noch mal da hinten kurz gucken. Ne, das ist jetzt hier nicht... Oh, das hasse ich ja wie die Pest. Ich wollte eigentlich nur kurz Luft holen und mich dann noch mal da hinten in den Bereich umgucken. Und der ist jetzt eingestürzt hinter mir. Kann echt nicht wahr sein. Ich will mich doch in Ruhe umgucken können in Spielen. Da komme ich echt gar nicht drauf klar, wenn das nicht geht. Was hat er jetzt gesagt? Na, hier ist zumindest noch irgendwie ein Vorratsraum oder sowas. Der hat mir aber wahrscheinlich... Ah, noch ein bisschen... Oh, doch, der hat mir was gebracht. Munition und Waffenverbesserung. Und die Geräuschkulisse hier lässt irgendwie schon wieder nichts Gutes erahnen. Aber okay, was in diesem Spiel lässt schon Gutes erahnen. Ich muss irgendwie das Tor umgehen. Ja, ich würde sagen, dann tauchen wir noch mal eine Runde, oder? Einmal noch hier unter Wasser gucken. Hier ist ein Regal ohne Inhalte. Naja, auf jeden Fall bin ich irgendwie diese Absperrung hier umgangen. Und das war hier letztendlich anscheinend unser Ziel gewesen. Ach du Kacke, auch das noch? Wenn es hier Sporen gibt, würde ich ja eigentlich fast mal vermuten. Kann der nächste Zombie gar nicht mal so weit sein. Okay, die Ratten hatten nicht so viel Bock, da hinten zu bleiben. Das lässt auch nichts Gutes erahnen. Und ich werde hier nochmal voll ausgestattet. Oh Gott, hier geht gleich die Luzi ab. Ich weiß es jetzt schon. Was hier alles rumliegt. Okay, auch das ist durchgeladen. Boah, ich wette, hier kommt gleich dieser ganz fette Typ, dem wir schon mal in dieser Turmhalle begegnet sind. Ey, warum macht mich das hier alles so nervös? Oh, ich hässere die Dinger. Oh, Hilfe! Gänsehaut hoch 10! Komm, Joel, hau rein! Ich höre schon wieder einkommen. Ey, ihr wollt mich auch einfach nicht lassen, oder? Jetzt sieht's gut aus. Warum und wieso auch immer ich das gemacht hab. Ich wusste es. Na ja, ob's hier unten so gut... Brenn-du-ha! Nein! Scheiße, scheiße, scheiße! Ich komm hier nirgendwo weg! Ach, komm schon! Boah, mir steht der Schweiß auf Erstehern. Ich lebe wieder einigermaßen. Will ich ihn besiegen? Bringt mir das was? Das war einfach nicht. Ich lyge konnte nicht. So. Wo rennt er denn rum? Der springt mir jetzt gleich mit dem nackten Arsch ins Gesicht. Ich schwör's euch. Hä? Boah, ey. Ich wollte dem eigentlich mal irgendwo springlich mal Molly oder sowas ins Gesicht schmeißen. Ich bin nicht mehr. Mir schlägt das Herz ungefähr auf halb zwölf. Boah, ich hab ihn. Ja, keine Ahnung, warum ich jetzt hier unten letztendlich den Strom anmachen wollte. So, jetzt würde ich mich noch mal eben gerne hier an diesem einen Tisch bedienen. Wo war der hier? Genau, hier lag nämlich noch ein bisschen Munition für die Snipergewehr rum. Okay, ansonsten müsste ich jetzt mal gucken, wo die Kabel so hinführen. Hm, du siehst ja auch nicht gut aus, mein Freund. Okay, jetzt anscheinend auch irgendwie so eine Brutstelle von ihm gewesen. Oder vielleicht hat er auch hier die ganze Zeit gehockt. Man weiß es nicht. Was ist das hier? Security Access Card. Karte zur Sicherheitstür. Achso, und die Sicherheitstür die hat mit Sicherheit irgendwie elektronisch funktioniert. Und dafür musste ich diesen Generator anmachen. Die Frage ist nur, wo genau ist es? Aber ich fahre... Ich glaube, wir kommen mal an den Kabel hier hinterher. Hier wollte ich auch noch mal reingucken. Ein paar Pillen. So, und hier strahlt es jetzt hin. Oh Gott. Hier sind noch mehr Sporen als vorhin da in der Ecke. Ah, hier habe ich ihn vorhin einmal kurz rumlaufen sehen, wo ich gedacht habe, er wäre irgendwie sonst wohin abgehauen. Okay, okay, okay. Sicherheitskarte. Klick. Und die Tür hat auch Strom. So. Boah, Gott sei Dank sind wir aus diesem Sporenbereich entkommen. Ich hoffe, hier ist jetzt wieder ein bisschen Entspannung. Ich muss zu Ellie. Genau, wir müssen irgendwie Ellie wiederfinden. Aber das werden wir beim nächsten Mal tun. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne. Bis zum nächsten Mal. Bye. Bye-bye. Bis zum nächsten Mal.